Das Einzige, was ich machen kann... ... die Cantina-Bombe an die Treppe werfen. Eine Tina-Bombe? Hab ich auch verstanden. Nee, die Cantina-Bombe. Die Konstantina meinst du? Die Cantina-Band ist was anderes. Nee, Konstant heißt die auch nicht. Konzertina. Konzertina? Ja. Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt den selben Song nochmal. Alles klar, den selben Song und los. Der hat immer... Der hat die Cantina-Band auf mich geschwisst. Andi, hast du grad die Gummipuppe da unten gefickt? Nein, hab ich nicht. Andi, hörst du... Jan, guck dir das mal an, was das Schwein da unten macht. Andi! Mein Weltbild ist zerstört. Oh mein... Oh Gott, die sieht aber auch aus da. Die Gummipuppe sieht echt aus wie eine Gummipuppe. Der Mund ist offen. Andi war dran. Tu mal ranzoomen, da siehst du noch besser. Wir können am Shop vorbei, da kann sich jeder mal Wiederbelebung kaufen, oder? Ja. Oh ja. Also ich kann es mir kaufen, der Jan auch. Andi nicht. Andi hat alles in die Gummipuppe investiert. Was ist das denn hier für... Ach, guck mal wie schön. Ach Gott schön. History of the World. Oh, ich bleib hier, Jungs. Ach, ist das süß. Zack. Headshot. Guck mal mein Buch hier neben. Ene spielt mit der Gummipuppe, der andere liest ein Buch, Alter. Für nen neues Team. Aua. Na ja. Verkack mal, ey. Einer der wichtigsten Gründe für das Projektouren ist die Schausenverwehr... Alter, was war das denn? Wir hätten den Verwalt gehabt. Den hast du von hinten umgerammelt. Was? Was? Wie bei Italien. Immobilie lag und da war das Tor. Immobilie. Immobilie. Immobilie heißt der. Der Fußballstar. Immobilie. Immobilie. Hallo, Hallöken. Ach du Scheiße, die Füß kommen immer näher. Ich hab dich erst gerochen. Wo kommt denn dieser Käse gerochen? Oh, Chris. Ja. Dein Teammitglied wurde in den Kulak geschenkt. Was ist denn passiert? Ich wurde beschossen, bin weggedreht und hab die Kulak nicht eingekriegt. Was hast du raten? Wer auf dich geschossen? Dein Teammitglied wurde in den Kulak geschenkt. Keine Fresse, ey. Oh, einer ist hier auch gleich vorne. Oh. Oh. Ich hab gesehen, wie du aus dem Arsch geblutet hast. Also wirklich. Der kam es aus dem Hintern rausgespritzt. Das ist da vermutlich ich. Ey, du hast das. Ja, ich hab da auf den Zombie geschossen. Oh, wow. Ich hab gesehen, wie du aus dem Arsch geblutet hast. Ja, die machen ja schon. Oh, scheiße. Oh. Er steht da, ich hau ihn. Er bewegt sich keinen Millimeter. Und so aus dem Nichts hebt er die Hand hoch und haut mir voll eine Runde. Nein, hier ist ein Stachelschwein. Warte, ich komm. Hallo, hier. Hat er dich noch? Ne, er hat mich nicht. Ah, okay. Ansonsten bin ich aber tip top. Oh, das war ein Lack. Na gut, hab den Winkel verkürzt. Oh, der ist nice. Aieieieiei. Jaaaa! Oh, nicht so laut, Jan. Ach, du mein Geil, ist der hart. Das hört sich auch so falsch an. Das hört sich auf jeglichen Weise falsch an. Es tut mir leid, aber ich muss scheißen gehen. Ich denke, ich werde rausfliegen, ne? Aber ich probiere es noch ein bisschen. Aber ich weiß nicht, wie lange das unterwegs ist. Hast du so einen Stift hinten drin, oder was? Alter, der klingelt so dermaßen. Das glaube ich nicht, ey. Also du weißt nicht wie das... Kennst du den Pfirsich? Was? Der Stiel, der Stiel vom Pfirsich, so sieht es gerade bei mir aus. Weißt du? Frag mich mal! Okay, tschüss! Ah, wir haben so geschossen! Hast du die halbe Kackfusch noch hängen? Alter, frage nicht nach Sonnenschein. Ich konnte Break machen, aber ich müsste mich nochmal einsetzen. Aber das Wichtigste ist erstmal raus, ey. Hast du den gedrückt und dann weggepresst, oder was? Das brauchst du nicht drücken, ich hab mich rauf gesetzt einfach um uns, ey. Habe ich es eigentlich gespürt? Naja, hoffentlich muss Petra nicht öffnen. Vielleicht sollte ich den Zettel ranmachen, hol Maßband, Rekordversuch. Wollen wir mal zu Schaufensterpuppe gehen? Ja. Ich glaube, ich möchte das doch nicht. Ja. Du dich einfach aufmachen. Da blinkt es schon wieder. Die ist weg. Oh. Nee. Ich komm da nicht mehr durch. Ja, das steht lieber vorher noch nicht da. Nee. Vielleicht kannst du da schon mal das eine Teil draufsetzen. Ja. 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 Oh, 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 oh. Ja. Oh. Oh, da ist was. Oh, Gott, im Himmel. Okay, der Raum ist leer. Ah. Da ist was. Das Licht geht aus. Jetzt ist das Licht hier oben aus. Okay, mach dich bereit. Die steht da. Oh Gott. Oh Gott, Jan. Oh, ich schwitze Angst. Da ist was. Ja. Ich möchte erst hier rein. Oh, jetzt ging hier die Tür auf. Oh. Ja. Stehst du vor deinem Schrank? Ja. Kannst du zurück? Nee. Kann nichts machen. Mann! Verdammte Scheiße!